Ey yo meine lieben Fighters, willkommen zu Crunk MMA and here we go! So Leute, der Twitter-Beef zwischen Conor McGregor und Khabib Nurmagomedov geht weiter. McGregor hat natürlich wieder mal was sehr bizarres rausgehauen und Nurmagomedov einen ordentlichen Seitenhieb verpasst, in dem er folgenden gestörten Schwachsinn schrieb. Ich will seine Kinder essen. Wann hat er sie eigentlich das letzte Mal gesehen? Seine Frau, seine Mutter. Nurmagomedov reagierte während seines Auftritts im Hotboxen-Podcast mit Conor McGregor ist böse und schmutzig. Wenn du einer der Besten der Welt bist und kommst und jemanden schlägst, der 70 Jahre alt ist, wie einen alten Mann in einem Pub, dann zeigt es dein Herz. Das zeigt, wer du im Inneren bist, wie schmutzig du bist. Wenn man Eltern und Kinder hat, wie kann man sich dann so zeigen? Ich verstehe nicht, warum seine Ängsten vertrauten und nicht sagen, hey, was ist hier los? Der virtuelle Streit zwischen den beiden wurde entfacht, nachdem Khabib sich mit den Glückwünschen an Dustin Poirier zum erneuten Sieg gegen Conor McGregor richtete. McGregor hat es wohl nicht geschmeckt, daraufhin machte er sich in gewisser Weise über den verstorbenen Abdul Manab Nurmagomedov lustig. Ich finde das Ganze zwischen den beiden einfach nur unnötig. Es ist mehr oder weniger ekelhaft, bringt keinem was und unterhaltend ist es auch nicht unbedingt. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass der Beef noch länger weitergehen wird. Wie man das noch toppen möchte, weiß ich zwar nicht, aber warten wir es ab. Yo Leute, das war es mit diesem Video. Ballert eure Meinung zu dem Ganzen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Abo da, wäre echt nice. Und ein krankes Bye, bis zum nächsten Mal.